Hallo zum Brückengeflüster und es sind zwei Gäste. Wir haben einmal einen alten Hasen im Podcast-Business. Das ist Timo Bermann, Innenverteidiger des VfL Osnabrück und ein Premieren-Gast, der ist nämlich noch gar nicht so lange beim VfL, Erik Engelhardt ist da, der Stürmer bei uns. Moin. Moin. Ja, moin zusammen. Und bei den alten Hasen, also wir sind eher alt, aber nicht Hasen, Benjamin Kraus, mein Kollege und ich bin Johannes Kapitzer. Und bevor wir jetzt gleich voll ins Thema einsteigen, haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache. Und zwar gibt es jetzt zum Saisonauftakt das VfL-Abo der Notz. Und damit gibt es bei der Notz für 4,95 Euro im Monat nicht nur Zugriff auf alle Inhalte rund um den VfL, sondern auch den Podcast Brückengeflüster könnt ihr damit exklusiv in voller Länge genießen. Wer das Abo noch braucht, geht einfach auf noz.de slash abo minus vfl und kann dann dieses Brückengeflüster in voller Länge hören zum Beispiel. Ja, erste Frage vielleicht an euch, Timo, Erik, Mannschaftsabend, glaube ich, stand an, oder? Jetzt am Freitagabend. Wie war es denn und wie war danach das freie Wochenende? Konntet ihr euch ein bisschen entspannen? Ja, war der erste Mannschaftsabend in diesem Jahr und ich glaube, dass er gelungen war. Samstagmorgen hatten wir dann ja auch den Brunch mit einigen Sponsoren, was auch echt eine coole Veranstaltung war und ja, ab Samstag 1 Uhr hatten wir dann frei. Ja, Erik, für dich dann ja auch bestimmt ganz cool nochmal auch abseits vom Platz die Leute ein bisschen kennenzulernen, auch in so eine lockere Atmosphäre. Ging es ein bisschen länger oder habt ihr irgendwann schon gesagt, okay, wir müssen zwischen Mannschaftsabend und Brunch nochmal ein bisschen schlafen? Ja, ich bin natürlich, glaube ich, da nicht so viel Schlaf bräuchte. Ja, wann war ich zu Hause? Halb vier? Vier. War ein ganz schöner Abend, glaube ich, weil die Jungs ein bisschen anders kennenzulernen ist nochmal ein Stück, wie sagt man, ein bisschen privaten Einblick dazu haben. Die Jungs war schon echt top, von daher war es echt ein gelungener Abend und hat Spaß gemacht. Eine Frage noch ganz kurz zum Brunch, wie ist das so, Essen unter Aufsicht, wenn der Trainer auch da ist, dann geht man einmal weniger Eule oder durftet ihr schon reinhauen, wie ihr wolltet? Ja, da darf jeder essen, was er möchte. Gab es sowieso nur Gesundes? Na, gab es auch ein paar Würstchen zum Frühstück. Ja, gab es alles. Ach, da ist der Trainer entspannt und ich glaube auch, das gehört auch dazu, das ist, Samstag morgens, eine angenehme Veranstaltung war das da, ja, konnte man essen, was man wollte. Man muss auch ein bisschen mehr essen, glaube ich, nach dem Feiern, nach dem Mannschaftsabend. Ja, so ein Frühstück tut da auch mal gut, ne? Und danach hat sich dann bestimmt auch bei dir die Freundin gefreut, oder? Aber bei euch ist ja auch einiges los, so abseits vom Platz. Stichwort festes Heim etablieren. Dann vielleicht ganz gut gewesen, dass da noch mal ein paar Tage Zeit waren jetzt, oder? Zumindest eineinhalb. Ja, doch, klar. Die Woche war ja eh schon ein bisschen was los, auch mit dem Auswärtsspiel in Trochtersen. Und ja, da hat man das schon genossen, wobei wir jetzt zum Beispiel gestern, war ich meinem Bruder zugucken in Lohne gegen Augsburg, der DFB-Pokal, wo wir ja leider nicht dabei waren. Ja, haben sich, glaube ich, echt gut geschlagen, 45 Minuten lang und dann, ja, 1-0. Und dann ging es ein bisschen schnell und nachher 4-0 verloren. Aber trotzdem war es ein cooles Spiel, konnte man sich gut angucken. Und, ja. Und spürst du auf den Bruder? Ja, er war echt lange verletzt, hatte so mit dem Knöchel Probleme. Keiner wusste eigentlich so genau, was da ist. War jetzt, glaube ich, sein erstes Spiel wieder seit, auf jeden Fall über einem Jahr. Und doch, hat er gut gemacht. Sandro Eskomb ja auch da in der Mannschaft unterwegs. Einige Ex-Osnerbrücke, Aaron Goldmann, wir hatten eine Geschichte, ein Blatt von Harald Pistorius, die alten Fußballfreunde, die sich dort gefunden haben, vielleicht nicht den ganz großen Sprung geschafft haben in den High-End-Profi-Fußball. Aber ein großes Spiel für die Jungs gewesen gestern, oder? Auf jeden Fall. War echt, klar, so, Aaron ist ja auch einer meiner besten Freunde. Doch, schade, dass es nicht geklappt hat, weil ich glaube so, wenn, das 1-0 war echt so ein richtig, ja, ein blöder Freistoß. Und bis dahin war es echt, ja, man kann schon fast sagen, ein bisschen offen. Und, ja, schade. Erik, wie hast du den DFB-Pokal verfolgt gestern? Ein bisschen was geguckt, oder? Ja, wir waren gestern den Tag unterwegs. Ja, und dann, als wir heimgekommen sind, habe ich ein bisschen baunschwer gegen Hertha geguckt. Aber dann habe ich, glaube ich, ich habe die Form geguckt. Es war doch auch um 18 Uhr. Dann habe ich da eingeschaltet und dann habe ich mir das Spektakel angeschaut. In Wembley. Das war auch was für dich. Also, konnte man sich gut angucken. Abgesehen vom Ergebnis aus deutscher Sicht, aber. Ja, das war irgendwie, die Deutschen fand ich schon besser. Aber ich glaube, die hatten echt schon Heimvorteile, die Engländer, die Engländerin. Und dann am Ende, weiß ich nicht. Ich fand am Ende ein bisschen, die Engländerin haben, was heißt unfair, aber die haben es, weiß nicht, die eine da, die hat sich da aufgewüstet, die dann nach dem Teffer das Zirko ausgezogen hat. Und so fand ich ein bisschen, ja, zu dem Anlass schon in Ordnung, aber die hat sich dann noch ein bisschen aufgespielt. Von daher, ja, ich hätte es den Deutschen mehr gegönnt. Da bist du bestimmt nicht alleine bei vielen, die es geguckt haben. Also, Stichwort Heimvorteil. Bremer Brücke, du hast dich darauf gefreut, das dort zu spielen und hast dir berichten lassen, wie es ist. Jetzt hast du es das erste Mal erlebt beim ersten Ligaspiel gegen den MFSV Duisburg. Wie war es denn? Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. So vor dem Spiel die ganze Anspannung und so, das war schon echt cool. Auch mit der Choreo dann von der Violet Crew. Und ja, im Spiel kriegst du es ja alles gar nicht so mit, weil du bist da im Tunnel. Und ja, und dann, als das Tor war, war ich dann schon ausgewechselt. Und da war es dann irgendwie, da hast du dann alles außen und mitbekommen. Das war, glaube ich, nochmal ein anderer Einblick dann. Und es war echt cool, hat Spaß gemacht. Und dann mit dem Sieg noch, war echt, war schön. War bis jetzt so der Saison-Moment, der ja noch jungen Saisontimo, oder? Dieses Ding, die ganze Zeit angerannt, super verdient ihr auch, dass das Tor endlich fällt. Ja, und dann haut der Sven Köhler halt das Ding endlich rein. Das war schon cool, oder? Ja, klar. Es war Emotion pur, glaube ich. So ein Ding. Wir haben gefühlt wieder unfassbar viel im Ball gehabt. Viel um 16 herum gespielt. Haben es aber irgendwie nicht geschafft, so durchgängig hochkarätige Torschanken zu erspielen. Aber es war ein klar Feldüberlegen und echt wenig zugelassen. Und ja, dann braucht es wohl so ein Ding. Du hast auf der Bank gesessen, das Spiel von außen geguckt, 90 Minuten. Genau wie in Drochtersen, da warst du auch schon nah dran, aber noch nicht ganz dabei. 2-0 gewonnen und dann kam das Testspiel gegen Verl. Sportlich gesehen 1-2 Niederlage in Dämpfer. Aber eigentlich für dich auch einer der Momente der Saison in dieser Saison, in der noch jungen Saison, weil du das erste Mal wieder auf dem Platz gestanden hast. Ja klar, war für mich jetzt das erste Spiel wieder nach echt langer Zeit. Und von daher war ich froh, dass es dieses Spiel gab. Und ich hatte das ja schon gesagt, das ist schon besser, wenn man so ein Spiel hat, anstatt ein Spielersatztraining, was auch echt Spaß machen kann. Aber 11 gegen 11 über den ganzen Platz mit einem echt guten Gegner, der heiß war und uns echt gefordert hat. Und dann auch am Ende des Tages wahrscheinlich auch verdient gewonnen hat, weil wir einfach die ersten 20 Minuten dann auch verpennt haben. Ja, war es ein ordentlicher Test für uns. Du hast danach gesagt, so der Fuß geht besser. Es waren 70 Minuten Einsatz, aber du merkst ihn schon noch. Ja, das ist noch nicht alles perfekt, aber das ist auch irgendwie normal. Ich habe ja auch noch zwei Schrauben da drin, die wahrscheinlich in der Winterpause rauskommen. Aber trotzdem, ich merke das von Woche zu Woche, dass der Fuß besser gleitet, dass er geschmeidiger ist. Und ja, das wird noch ein paar Tage dauern, aber ich bin auf einem guten Weg. Du warst das letzte Mal im April bei uns hier im Podcaststudio, da war die Verletzung noch ganz frisch. Da haben wir gesprochen, das war nach dem 3-2-Sieg des VfL gegen Pferd. Da war der VfL auch noch im Aufstiegsrennen unterwegs. Danach hat der Kollege, der Benni eben schon angesprochen hatte, Harald Pistorius, mal mit dir eine Geschichte gemacht in der Saisonvorbereitung und hat geschrieben, der Junge braucht noch Geduld. Er ist schon schneller, als alle erwartet hatten. Du bist näher herangekommen, aber es braucht immer noch so die Geduld, um den Punkt zu merken, wann kann ich jetzt wieder voll einsteigen und wann bin ich in der Wettkampffraxis und in der Wettkampfform? Was schätzt du, wie viel Geduld du noch brauchen wirst? Schwierig zu sagen. Ich nutze einfach jede Einheit, jedes Training, dass ich richtig fit werde. Wann das dann ist, weiß ich nicht, aber ich muss echt sagen, alle Beteiligten, die auch mit mir trainieren, jetzt gerade natürlich viel, auch der Athletiktrainer, wenn man mal was im Kraftraum macht oder vor dem Training und die Physiotherapeuten, die dann viel machen. Und ja, es tun alle dafür, dass es so schnell wie möglich geht. Wann es dann genau ist, wird man sehen, aber ja, ich bin eigentlich zufrieden. Seid ihr beide dann schon mal im Training auch so aufeinander gestoßen? Bestimmt, oder? Weil du bist ja, wenn du jetzt gespielt hast, auch dann schon, wenn ihr so im Training auch 11 gegen 11 oder 8 gegen 8 oder so spielt, bist du ja dann schon wieder dabei. Wie ist es denn so, gegen Erik zu spielen? Ehrlich sagen, ich weiß nicht, der Trainer will, glaube ich, nicht, dass wir gegeneinander spielen. Wir setzen nur zusammen, glaube ich. Ich weiß auch nicht. Ist das so, okay? Ich muss echt überlegen, aber ich glaube wirklich, dass so, also so ein… Ich glaube auch noch nicht. Kommt noch. So richtig, ja. Ist die Frage, wen auch schonen will, ne? Den Stürmer oder den Abwehrspieler? Ich erinnere mich so an das Zweitliga, als du wiedergekommen bist, ans erste Training und da war so gefühlt, der allererste Zweikampf warst du mit Luke Ehorst und da hat es gleich mal richtig gescheppert. Also das war so, ihr seid dann auch beide so grinsend auseinandergegangen, so, yo, den kenne ich jetzt, alles klar. Also das beide, das fehlt sozusagen bei euch noch. Ja, das hatten wir bisher noch nicht. Wie guckst du, Erik, auf so einen Spieler wie Timo, der ja hier gestandene Zweitliga-Jahre hinter sich hat, auf dem Sprung in der Bundesliga ja war, mit den Relegationsspielen dann knapp gescheitert. Da hat man schon Respekt wahrscheinlich, oder? Klar, Respekt auf jeden Fall für die Leistung. Oliver, sieben, acht Jahre in Heidenheim, ist ja auch nicht selbstverständlich und der Erfolg spricht für ihn und ja, ich glaube, für Osnabrück ist es echt ein wichtiger Spieler, der seine Erfahrungen da reinbringt, der die Jungen aus der Mannschaft, denen nochmal Rückendeckung gibt, mit denen spricht und so. Also von daher, klar, aber du merkst auch, dass Eule ein grundsolider Typ ist, dass er echt korrekt ist und jetzt nicht irgendwie denkt, weil er, dass er sonst irgendwas ist, also überhaupt nicht. Eule ist auf dem Boden geblieben, was ihn auch, glaube ich, ausmacht und ja, ich kann gut mit ihm. Hast du noch Kontakt eigentlich zu alten Heidenheimern? Wenn jetzt, meldet sich mal einer, wenn die jetzt auch mitkriegen, oh, jetzt bist du ein bisschen raus gewesen, also keine Ahnung, schreibt man mal mit dem Frank Schmidt noch oder irgendwelchen anderen, die da länger mit dir gespielt haben? Ja, doch, klar, mit Spielern sowieso, auch mit Frank hin und wieder, Torwarttrainer, Co-Trainer, doch, ja, ich war sieben Jahre dort, das war eine lange Zeit und doch, da sind auch, ja, schon ein paar Freunde gewonnen und dann ist es auch völlig normal, dass man, dass man da noch Kontakt mit denen hat, ja. Drehen wir den Blick mal um, grundsolider Typ hat Erik Engelhardt gerade über Timo Bermann gesagt. Was sagt Timo Bermann denn über Erik Engelhardt? Ja, erstmal danke natürlich noch, ja, kann ich nur zurückgeben, ich glaube, wir verstehen uns gut, so ich, ich mag einfach Spieler, die so abseits als Platzes auch mal, ja, für den Spaß zu haben sind, aber wenn es dann halt auf den Platz geht, Gas geben, weil ich, ja, ähnlich gestrickt bin und von daher kann ich das nur zurückgeben, ich glaube, Erik hängt sich hier seit dem ersten Tag voll rein, gibt Gas, ist einfach eklig, gegen ihn zu spielen, glaube ich zumindest, wir hatten es ja noch nicht, hatten wir ja eben, aber doch, er macht es gut und ich wünsche ihm natürlich jetzt so schnell wie möglich sein erstes Tor, weil ich glaube, das ist immer, ja, für den Stürmer wichtig. Du hast ihn ja in deiner Mannschaft gesehen, insofern kannst du auch sagen, ob er eklig ist und das hilft ja auch schon mal was. Ja, ich freue mich, wenn er bei mir in der Mannschaft ist. Ihr habt insgesamt ein paar Neuzugänge ja gekriegt, was, wie würdest du da die ganze Mischung jetzt bewerten, es gab wieder mal einen kleinen Umbruch im Team, also ein paar neue sind da, ein paar alte Gesichter sind weg, Erik, wie würdest du jetzt eure Neuzugänge so sportlich und menschlich bewerten, hast gerade schon Erik gesagt, mit dem kann man wohl, dem mit den allen kann man hoffentlich auch. Ja, auf jeden Fall, klar, muss man echt sagen, menschlich passt alles, sportlich auch, wobei man natürlich trotzdem sagen muss, die Saison ist noch jung, jeder muss so in seine Rolle reinwachsen und grundsätzlich passt das bisher sehr gut. Erik, jetzt hat der Timo ja schon den Finger für uns in die Wunde gelegt, Stichwort, wann kommt das erste Tor? Das ist ja für einen Stürmer schon immer wichtig, klar, persönliche Statistik steht nicht überall, du kannst jetzt sagen, solange ihr gewinnt, brauchst du gar kein Tor, also wenn ihr hinten raus alles gewinnt, ist, glaube ich, ziemlich geil, aber du willst es ja bestimmt auch, macht man sich da Gedanken gerade oder ist das genau der falsche Weg, sich Gedanken zu machen? Ja, was heißt Gedanken machen? Klar will man als Stürmer Tore schießen, ist ja auch ganz normal, aber man darf sich da jetzt irgendwie auch nicht vögt machen lassen. Ich wäre auch dafür, dass ich zwei Tore schieße und wir steigen auf, also so ist es nicht, aber klar, Stürmer wird an seinen Toren gemessen und ja, wann das Tor fällt, schauen wir mal. Ich mache mir da jetzt keinen Druck, es kommt und dann ist der Knoten auch, glaube ich, irgendwann mal geplatzt, hoffentlich. Ja, schauen wir mal. Wie ist so dein Eindruck, wie du so angekommen bist in der Mannschaft? Du bringst ja so von deiner Spielweise was rein, was, ja, Timo stimmt mir bestimmt zu, letztes Jahr schon auch ein bisschen gefehlt hat, sage ich mal, so mit dem Rücken zum Tor einen, den man im Fuß anspielen kann. Der Letzte, der das so ein bisschen verkörpert hat, war ja fast Alba, oder, Timo? Ja, ich habe ja selber mit Alba nicht gespielt, aber klar, Alba, der mochte das schon, wenn jemand, wenn er den Ball in den Fuß bekommen hat und dann Arsch raus und keinen am Ball reinlassen. Erik ist ein ähnlicher Spieler und klar, das ist immer gut, oft foult da nochmal ein Verteidiger, dann kriegt man vielleicht in guten Positionen Freischüsse und ja, sowas können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Genau. Wie siehst du es? Also hast du, guckst du schon immer, dass wir dich auch anspielen können von hinten, ne? Also sucht man da den Blickkontakt auch mit den Verteidigern und Sechtern, dass du sagst, ey, ich will den Ball haben? Klar, auf jeden Fall. Ich denke, was auch wichtig ist, dass man variabel ist, jetzt nicht nur den Ball in den Fuß, sondern auch mal in die Tiefe geht. Ja, das ergibt sich ja alles. Und jetzt, die Liga ist ja nochmal anspruchsvoller als Regionalliga. Da braucht man jetzt nicht drum herumreden. Da muss man sich halt erstmal einfinden, auch mit dem System und so. Es ergibt sich ja jetzt alles mit den Spielen. Das Wichtigste ist halt einfach die Spielpraxis, dass man viel spielt, dass man sich zeigen kann. Und der Rest, der kommt von selbst. Also darf man sich echt nicht völkt machen. Ihr seid Konkurrenten, aber sprichst du auch mal mit Felix Hiegel, weil der hat in der vergangenen Saison ja eigentlich so einen ähnlichen Weg genommen, aus der Regionalliga zum VfL gekommen. Dann hat es auch ein bisschen gedauert, bis man erstmal in der Liga drin ist und bis dann das erste Tor fällt. Also man braucht dann schon die Geduld. Erstmal, konnte er dich da ein bisschen an die Hand nehmen? Oder nimmt er dich an die Hand und sagt, Mensch, diese Ruhe, die du jetzt auch hast, behalte dir die mal bei, weil irgendwann wird es schon fallen, das erste Tor und dann läuft es? Klar, wir sind da im Austausch. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, weil er nur Konkurrent ist, dass ich mich nicht mit ihm verstehe. Also es ist ja irgendwie alle so ein, wir machen uns dann dadurch nur besser. Und jeder will spielen, ist ja auch verständlich und nicht ganz jedem, der spielt. Also ich bin jetzt nicht so der, der das nicht jedem gönnt, wenn er spielt und ich hocke auf der Bank. Also das ist ja ein Leistungssport und dem soll es auch gerecht werden. Ich bin jetzt nicht nachtragen. Ja, wir reden, klar. Auch mit Ulm und so haben wir uns auch drüber unterhalten, weil das auch mal eine Eruption früher war. Und ja, er hat den gleichen Weg und er macht es auch richtig gut, muss man echt sagen. Auch Emi Odua macht es auch richtig gut. Kamus Fürstenwalde ist, glaube ich, nochmal ein größerer Sprung, auch mit seinem Alter. Ist auch nicht selbstverständlich und er macht es auch top. Von daher, wir reden alle miteinander, tausche uns da aus und ja, es ergibt sich alles. Und dass du nicht getroffen hast, wollen wir nicht überbewerten. Es ist ja erst ein Ligaspiel gewesen, ein Pokalspiel. Also du hast ja noch ein paar Chancen. Ja, ich wollte jetzt auch nicht so viel Druck machen. War jetzt auch eine gelungene Vorlage für mich, dass du es als erstes gesagt hast. Nur Ansporn, nur Ansporn. Wunderbar. Erik, lass ein bisschen reden über deine Vita. Du stammst ja aus einer Gegend, die ich persönlich jetzt gut kenne, aber die von hier dann doch eine ganze Ecke weg ist. Geboren in Kulmbach. Wie ging es denn los überhaupt mit dem Fußball? War da irgendwie ein fußballbegeisterter Vater oder wie lief das? Kann man so sagen. Ja? Ja, mein Papa hat für Fußball gespielt beim, ich weiß nicht, das war für die Liga VfB Helmbrechts. Das ist, glaube ich, so bei dir jetzt bekannt, weil ich weiß nicht, bei euch, glaube ich, nicht so auf dem Schirm. So könnte vielleicht heute SV Rügenhausen oder so. Die waren für die dritte Liga, glaube ich. Bayern Liga war das ja dafür. Wie groß ist das? 20.000 oder so? Ich weiß nicht so, 10.000. Ja. Und ja, dann hat er bei mir im Heimatverein auch gespielt und ja, mein Bruder hat auch Fußball gespielt. Hat, glaube ich, vom Talent her war er besser als ich, muss man sagen. Aber der war, dem war halt, die anderen Sachen waren immer wichtiger, am Wochenende mal wegzugehen und da sich einen reinzukippen. Und dann am Sonntag Fußball zu spielen war ihm einfach lieber. Das ist auch eben seine Sache. Also ich finde es nicht schlimm. Und ja, so ist man reingekommen. Dann habe ich beim Dorfverein angefangen, Enchehäut, bei mir. Ja, und dann ging es über diese Jugendfördergemeinschaft da, die ganzen Vereine da drumherum, haben sich dann zusammengeschlossen. Und dann bin ich da, von da nach Hof. Ja, JFG Frankenwald. Genau, JFG Frankenwald war das. Und von da bin ich dann nach Hof, zu Bayern Hof gegangen. War ich ein Jahr in der U13 damals. Und dann ging es ganz schnell nach Nürnberg. Dann war ich dort in Popetanik und dann war ich acht Jahre in Nürnberg. Dann ist es in der Naht gegangen, habe da meine Schule fertig gemacht. Auch ein Schritt, oder? Also davor war es ja dann schon alles so, ja, altes Kulmbacher Umfeld, sage ich mal. Also du hast bestimmt zu Hause gewohnt und dann ging es ins Internat. Wie war das für dich? Ja, die ersten Jahre bin ich noch gefahren. Also ich bin fast jeden Tag, vier, vier, fünfmal die Woche bin ich 130 Kilometer hin, 130 Kilometer zurückgefahren. Er hat meinen Opa gemacht damals. Opa und Oma sind immer gefahren. Mein Opa lebt da jetzt leider nicht mehr. Er ist schon gestorben. Aber für ihn war es, glaube ich, das Schönste, mich zu fahren. Auch meine Oma, die war immer dabei. Er hat sich auch immer gefreut, mich zu sehen. Und dann sind wir da immer nach Nürnberg gefahren, drei Jahre. Ja, bis ich dann mit 16 ins Internat gekommen bin. War dann im Internat drei Jahre. Und ja, und dann hatte ich meine eigene Wohnung zwei Jahre. Und dann war ich in der zweiten Mannschaft in Nürnberg. Und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Und dann ging es irgendwann weiter. Gut, dass ihr nicht ins Fränkische verfallen seid. Sonst hätten wir jetzt den Podcast zum ersten Mal untertiteln müssen. Das wäre für Timo und mich dann auch noch mal eine Herausforderung gewesen hier als Norddeutsche. Ja, aber ich denke, Bamberg und meine Gegend ist nochmal ein bisschen anders vom Dialekt. Bei ihm ist es noch krasser, um es zu sagen. Von Dorf zu Dorf ist es anders. Das testen wir später nochmal aus. Wir wollen jetzt nicht alle Hörer gleich schon verlieren. Aber du bist ja auch mal im Norden gewesen. Insofern ein bisschen eingemeindet. Das war dann der Schritt von Nürnberg aus der zweiten Mannschaft zu Hansa Rostock. Ja, in dem Alter ist, glaube ich, nicht so viel nachgedacht. Du wolltest einen Schritt höher gehen. Und dann habe ich mich relativ schnell für Rostock entschieden. Ja, ich habe mich jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, echt eine tolle Zeit dort zum Leben. Ich habe auch top Leute gehabt in der Mannschaft. Sind dann auch aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Ja, für mich persönlich war es jetzt nicht so erfolgreich, weil ich durch den Kreuzmann das lange raus war und dann halt irgendwie den Anschluss nicht gefunden habe, dort zu spielen am Ende im zweiten Jahr. Aber als in allem war es für mich echt eine top Zeit. Ich habe da meine Freundin kennengelernt, mit der ich jetzt auch unsere Kleine habe. Er hat ja auch immer schöne Seiten. Von daher, alles in allem ist top. Erzähl uns trotzdem nochmal vielleicht so ein bisschen. Also es ging ja eigentlich immer weiter hoch. Also Nürnberg und dann zweite Mannschaft und dann Rostock und so. Das ist ein talentierter Spieler, Jugend-Nationalspieler gewesen. Und dann kommt halt diese krasse Verletzung. Und dann auch nochmal, Nürnberg-Rostock ist ja dann schon nochmal auch ein großer Schritt, also schon ein fremder Kulturkreis. War das eine schwere Zeit dann auch? Zumindest, wo du dann halt komplett raus warst? Ab und zu war es schon schwer. Vor allem, als man dann in der Reha war und irgendwie hat man gesehen, dass es nicht weiterging so. Dass dann die Schritte langsamer werden und dass es dauert. Und dann musst du wieder laufen gehen und musst in Kraftform gehen, Beine trainieren, dies, das. War schon eine anstrengende Zeit. Ich habe dann auch meine neun Wochen in Donaustauf gemacht und dann in Nürnberg. Ja, es war keine einfache Zeit, aber dann habe ich am Ende noch zwei Spiele, durfte ich machen dann in der ersten Saison. Und habe auch da auch gleich ein Tor gemacht. Es war nochmal so ein guter Abschluss für mich. Und dann konnte ich damit abschließen, weil ich hatte den Kreuzpanzös und dann hatte ich mein erstes Spiel bei der zweiten Mannschaft in Rostock. Und ich sollte nur eine Halbzeit spielen und wie es gelaufen, am 44. Minute, Tätlichkeit rot, war ich da erst mal draußen. Ja, und dann kam Corona noch dazu, dann war nochmal Pause. Ja, und dann war ich da noch in der dritten Liga gesperrt für drei Spiele, glaube ich. Ja, das lief jetzt nicht so astrein für mich, aber im Nachhinein kann man darüber lachen. Also, ich finde es jetzt schon irgendwie amüsant. Timo Bergmann, du kennst diese Geschichte eigentlich, Vereinswechsel und dann erst mal eine schwere Verletzung war bei dir damals in Heidenheim ähnlich. Du bist da hingegangen und hast dich dann verletzt, ne? Ja, bei mir war es eigentlich genauso. Also, du kennst so einen Weg dann? Ja, auf jeden Fall. Deswegen konnte ich gerade ein bisschen mitfühlen, wie er es so erzählt hat. Es war ja fast identisch. Nur, dass ich in dem Jahr gar kein Spiel mehr machen konnte. Ja, ansonsten war das für beide nicht so schön. Aber du hast dir keine Sperre hin drauf geholt. Ne, eine rote Karte habe ich noch nicht geschafft. Komm, komm vielleicht. Noch gar nicht, tatsächlich? Ne. Krass, auch nicht gelb-rot? Ne, auch nicht. Ne, hatte ich auch schon. Also, ich wusste zwar, fairer Spieler, aber dass es so krass rausknallt von der Statistik war mir gar nicht bewusst. Das ist ja schon selten für einen Innenverteidiger auch, ne? Also, Respekt. Cool. Ja, habe ich irgendwie, ja, vielleicht war es ein oder andere mal, vielleicht kurz davor, aber... Schlauer, schlauer Fuchs. Bisher noch nicht. Und du bist dann auf jeden Fall in Heidenheim geblieben, du hast nicht diesen Schritt zurückgemacht, den Erik dann gemacht hat, zu sagen, ich gehe nochmal in eine Liga tiefer und nehme nochmal den neuen Anlauf, ne? Erik, das ist ja eigentlich, diesen Schritt zurück macht man ungerne, weil man eigentlich sagt, Mensch, ich war jetzt schon auf dem Level angekommen, dritte Liga, jetzt gehe ich wieder zurück in die Regionalliga, aber manchmal ist dieser Umweg dann der richtige. Ja, mein Vertrag ist ja ausgelaufen damals und auch durch Corona-bedingt war das, glaube ich, schwer, irgendwie einen Drittligisten für mich zu finden, jetzt auch mit der wenigen Spielzeit, die ich dann gehabt habe. Und ja, ich war schon eigentlich mit einem Verein einig gewesen und dann bin ich noch nach Cottbus wohl eigentlich nicht mehr hin, weil mir jetzt einfach gereicht in der Zeit, weil immer dieses Warten und... Du musst auf jeden Tag hoffen, dass da irgendwas reinkommt und dass du da einen Verein findest, dann bin ich dann nach Cottbus, weil ich zu Hause in Eichholt war und bin dann nach Rostock danach gefahren, hat sich dann angeboten, weil es dann die Hälfte war. Dann sagt meine Freunde noch, fahr hin, hörst du wenigstens an, weil, ja, keine Ahnung, vielleicht gefällt es dir. Dann sage ich, ja, ich habe es dann gemacht und dann war ich dort und dann war ich da im Trainerbüro, weiße Wände, Pele Wolle sitzt vor dir. Und hält er dann vor Tag, also da dann zu widerstehen, auch mit seiner Aua, die er damals gehabt hat für mich, weil er irgendwie eine Vision mit mir gehabt hat, die sich gut angehört hat. Und dann habe ich Ja gesagt, weil das Gefühl war dann auch besser und hat es dann auch bestätigt. Und die Vision hat ja nicht ganz getrogen, 33 Einsätze, 18 Tore, 14 Vorlagen in der Bilanz. Also kann man sagen, du hast schon die Vision von ihm wahrscheinlich einigermaßen erfüllt. Ja, glaube ich auch. Das ist so gut, hätte ich nicht gedacht. Mit den Toren, das ist ja so ein Ding. Dann läuft es einfach, dann machst du dir keine Gedanken mehr, ob du gar kein Tor mehr schießt. Und dann war ich irgendwie wie im Fluss, im Flow. Und dann lief es. Timo musste gerade lachen, als Pele Wollets Thema war. Und auch halt dieses Begeisternde, was er so ausgestrahlt hat, das kennst du auch. Also da ist er ja schon ein ganz spezieller Typ. Du hast ja auch unter ihm trainiert in der ersten Osnabrücker Zeit. Und ungefähr das gleiche Alter gehabt wie Erik. Deswegen, wir haben ja auch schon mal über ihn gesprochen, also in der Kabine oder so. Ja klar, Pele konnte mitreißen, war damals echt eine geile Zeit. Leider nicht aufgestiegen, aber ja, oder ein allgemein unrühmliches Ende, aber ja, hat Spaß gemacht. Ja, sportlich war es schon gut. Das war, glaube ich, das Jahr, wo ihr auf jeden Fall die meisten Punkte geholt habt, wo es dann halt nicht für einen Aufstieg gereicht hat. Das war ja ein Wahnsinn, weil ich glaube 73 oder 76 und dann halt nur dritter Platz am Ende. Ja, ich glaube 72 oder 73 hatten wir irgendwann mal. Genau, also was in den meisten Jahren, also dieses Jahr ja locker gereicht hätte, um Zweiter zu werden und hochzugehen. Ja, dann aber hinten raus, eben in diesem starken Jahr halt nicht so ganz gepasst hat. Wie hat er dich denn gepackt? Was hat er denn zu dir gesagt? Also was war denn die Vision? Ja, dass wir was Großes schaffen können in dem Jahr. Haben es dann leider nicht gepackt mit dem Aufstieg, weil, weiß nicht, der Kader war nicht zu breit und da hätten schon noch ein paar so Puzzleteile, kann man nicht sagen, aber ein paar Spiele so gefehlt, um das irgendwie zu schaffen. Da hat auch die Konstanz gefehlt am Ende. Und ja, wir haben den Landespokal immer noch geholt. Das war ganz schön am Ende. Und ja, was er zu mir gesagt hat, ja, weiß nicht, das sind so intuitive Sachen, das kann man schwer beschreiben. Der sieht mich da in so einem engen Stadion und so, nicht in so einem Stadion, wo die Zuschauer so weit weg sind. Nee, weißt du, das ist halt so, solche Sachen. Und das hat mir einfach zugetan. Und dann sind wir da ins Stadion gelaufen und das hat sich schon irgendwie gut angefühlt. Alles so eng beieinander, das taugt mir schon. Also, das ist einigermaßen ähnlich wie hier in der Stadion-Mannschaft. Wir müssen einmal kurz auf den Trainer kommen, weil ihr kennt Petel Wollitz, ihr kennt jetzt auch Daniel Scherning, ist auch Westfale, aber doch irgendwie ein ganz anderer Schlag, Westfale, Ostwestfale. Er lebt das nicht ganz so aus wie Petel Wollitz, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Er kommt jetzt dergleichen gegen. Ja, nicht ganz, ein paar Kilometer liegen schon dazwischen, aber er kann auch begeistern, aber er lässt es halt nicht so extrem raus wie Petel Wollitz vielleicht. Timo, du kennst ihn schon jetzt ein bisschen länger, Daniel Scherning, was macht ihn so für dich aus? Wo sagst du, deswegen ist er ein guter Trainer für uns? Ja, ich glaube, ein guter Trainer machen viele Facetten aus. Ich glaube, er hat erstmal so, von der Persönlichkeit ist er so, dass er schon eine gewisse Lockerheit hat. Man kann mit ihm Späßchen machen, aber wenn es dann auf den Platz geht, dann ist er voll da. Dann kann er auch dazwischen hauen, wenn ihm was nicht passt, dann sagt er das auch klar und deutlich. Das ist auch sehr wichtig, meiner Meinung nach, dass man da auch mal schon eine ordentliche Ansage macht. Und halt natürlich rein vom Fußballerischen, wie seine Idee vom Fußball ist, wie er das macht, wie er das Training angeht, wie da alles geplant wird. Und dann auch in Verbindung mit Danilo Danne. Ja, das ist, ich glaube, das passt sehr gut und das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ihn ausmacht. Erik, wie ist es für dich? Du kennst den Trainer jetzt gerade erst ein paar Wochen oder Monate. Ist ganz neu für dich. Wie gefällt es dir so, das Training, den Stil, die Atmosphäre in der Mannschaft, von Team hinter dem Team, was du so jetzt kennengelernt hast bislang? Ja, vom Training her ist es schon anspruchsvoller. Als letztes Jahr muss man schon echt sagen, vom Taktischen ist das schon nochmal eine Schippe weiter. Und sich daran zu gewöhnen, ja, da hatten wir jetzt die Vorbereitung Zeit gehabt und das wird auch alles noch. Klar gibt es noch, was man verbessern kann, aber das ist ja im Laufe der Saison einfach normal, dass man da noch ein paar Prozentpunkte draufsetzt. Und ja, was sage ich zum Trainer, zum Stuff, alles top, muss man echt sagen. Ich fange von Mario an, der macht einen super Job. Die Füße-Tarpeuten, die geben ihr Bestes da, um uns auf die Platte zu bringen. Die Athletik-Trainer machen alles, einen tollen Job. Und klar, der Trainer bringt echt eine lockerer Art mit, wo man sich auch gut fühlt, der auch ein gutes Gefühl gibt, auch der Mannschaft. Das heißt, vom Spiel, die Ansprachen, auch die Analysen und so, alles echt genau und detailliert. Und wenn er auch mal was mit dir persönlich zu besprechen hat, dann macht er das auch im Video oder so. Von daher kann man echt nur positiv über den Stuff reden. Und die Co-Trainer machen auch ihren Job top. Es sind auch sehr, setzen den Maßstab auch hoch, weil die wollen uns schon besser machen. Das merkt man schon, jetzt nicht irgendwie Laifari da, die Übungen machen, sondern da gibt es auch mal einen auf dem Deckel, wenn du da schleifen lässt. Sei es vom Trainer oder von Danilo und Danne. Da gibt es schon mal ein paar auf dem Deckel. Du hast auch gesagt, die Spielweise war ein Grund für dich, nach Osnabrück zu wechseln. Und ja, wie man es schon gegen Duisburg gesehen hat, wir haben viel Ballbesitz. Wir wollen viel den Ball haben, suchen auch die Tiefe, wollen zielstäblich zum Tor. Es ist jetzt nicht so, dass wir immer nur alles außenrum spielen und dann uns dann bis vor zum Fünfer durchkombinieren wollen. So ist es nicht, dass wir auch mal viel flanken, solche Sachen, dass der Stürmer einfach gut in Szene gesetzt wird. Und das waren so für mich auch solche Punkte, die dafür gesprochen haben. Jetzt geht es bei den nächsten beiden Spielen so ein bisschen Richtung alte Heimat. Aue ist schon ein bisschen, aber dann Beirut ja vor allem. Wird Familie kommen dann von dir? Da freuen sich doch bestimmt deine alten Jungs und Mädels unten, wenn du da wieder kommst. Mädels nicht. Die Mädels wollen sie nicht. Was ist denn los? Nee, mein Bruder hat mir schon geschrieben, ob er Karten haben kann. Meine Eltern auch, klar. Die kommen auch zu beiden Spielen. Aue ist ja nur eine Stunde von mir weg. Also ist es jetzt nicht so weit. Beirut auch eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde. Klar kommen sie. Und ich habe schon bei René Flegel angefragt für Karten. Und das schaut, glaube ich, auch ganz gut aus, weil keiner von dort weiterkommt und ich dann, glaube ich, das ganze Kontingent übernehmen kann. Perfekt. Von daher sind schon ein paar Karten eingeplant. Dimo, wie siehst du sportlich? Aue wird ja schon wieder eine Messflatte, glaube ich. DFB-Pokal gespielt gestern zwar ausgeschieden, aber ja, Zweitliga-Absteiger. Definitiv ein Schwergewicht in der dritten Liga. Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt es ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sichere dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de slash abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß! Amen. Amen. Vielen Dank.